Fimo Professional Fimo Professional Kalkulierbar und Mischbar Man bekommt das, was man erwartet und zwar ohne unerwartete Untertöne oder Farbabweichungen Die Mischfarben der True Colors sind sehr brillant und sehr leuchtend und sie behalten diese Eigenschaften auch nach dem Härten bei Das neue Farbmischsystem von Fimo Professional ist eine ausgezeichnete Hilfe vor allen Dingen für die Polymerkünstler, die etwas unsicherer sind, wenn es ums Farbmischen geht Das System ist sehr übersichtlich gestaltet und sehr leicht nachvollziehbar Die Farbmischtabelle ist ein tolles Werkzeug um ein Gefühl für Mischungsverhältnisse zu bekommen Sie bietet Rezepte für 175 speziell auf Fimo Professional abgestimmte Farbtöne an Was mir beim neuen Fimo Professional auch besonders gut gefällt sind die neuen Verpackungsgrößen Man kann doch wirklich nie genug Clay haben, oder? Das neue Design sieht sehr edel aus und sehr modern und die Verpackungen lassen sich auch sehr leicht öffnen Man braucht definitiv kein Messer mehr um die Verpackungen zu öffnen Wenn man nicht den kompletten Block aufbraucht dann kann man eventuelle Reste sehr gut in die Verpackungsfolie wieder einschlagen und den Clay somit staubfrei und sicher lagern Fimo Professional ist definitiv keine Wünsche offen und hat seinen neuen Namen wirklich verdient Ein professioneller Clay für meine Ansprüche! Z Diane Fimo Professional Fimo Professional Fimo Professional Fimo Professional Fimo Journal